lol geil was ist das wir haben die türen wenigst normale lautstärke übrigens von den türen oder wenn du durch rennst das kenne ich irgendwo ja mit aufzügen ja wahrscheinlich auf star wars maps immer so ich war's nicht was ich doch du warst du bist ein wichser digger ich habe scharf gehört irgendwo wie hast du denn eigentlich weg gemacht vielleicht ich hab ihn gebetet das ding ist und dann komm ich um die ecke moin moin äh max 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 wie oft würdest du denn noch schreien bang es ist max außer hin Hello What? Ah Oh Alles klar Oh 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 Liff Glaub ich Ich wollte gerade auf Felix runter springen Ja aber wo Im Moment den Tom losschießen Du kannst einen Aufzug nehmen als Traitor Ach so Aber wo ist denn der Nur als Traitor Ja Es hat ein bisschen OP dann Das ist wirklich OP Aber geiler Dass man oben ist Das war eben Überraschung Ja vor allem, ich denk so von wo komm die Schüsse ich fuchs. Von wo komm die Schüsse ich fuchs, oh oh oh. Und damit tot bis... das kacke. Ich hab gesehen man kann hier... ...das Ding hier rein. Welches Ding wo rein? Oh diesen Katzen. Ja in das äh... Ich weiß nicht, ist das ein X-Wing? Nein. Nein, ist es nicht. Was denn? Das große Ding was hier steht? Ja, da kann man rein. Das ist die imperiale Landefähre. Aha. Richtig. Oh da kann man rein? Ach nice. Aber gibt's sonst nichts. Wow. Aber immerhin. Lass mich raus, ich... Das drin ist ein Wachenspot. Die sind wirklich alle gerade. Kann man hier hoch? Bing, 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 bong. Max. Das war doch normale. D.K. Jordan. Das kannst du nicht machen. Was hat er gemacht? Der holte erstmal ne Deagle raus. Ich bin so erschrocken. Der kleine Wichser ey. Na das hab ich auch schon probiert. Da kommt man leider nicht hoch. Das Ding da ist gefährlich wo du neben stehst. Welches? Ach da wo Felix mich vorgetötet hat? Ja. Das ist wirklich ein Trailer-Ding. Ja. Christf*** Alter. Keine Scheiße. Du bist unf chatten. Wollt nhiиб. Das war's. Wozu ein Fick ist, Chris? Das war's. Das war's. Er ist oben. Das war's. 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 kann. Felix, warum bin ich da reingekommen? Weil er nicht Thomas durchhaken könnte. Ich geh da jetzt wieder hin. Felix sucht den Stress. Oh, das ist eine schöne neue Runde. Ach man. So hofft, dass ich Trader bin. Okay, Jordan, abknall. Ja, ich war's. Läufe. Mach das mal bei Max, komm. Ich versteck mich hier unten. Ich hab schon wieder keine Nähmplacks. Ich bring ihn hin, Felix. Ah, ah, diese Tür, ey. Ey, komm ran hier. Na, warte. Was denn? Ich hol Max ran. Max, wo bist du? Was wollt ihr hier los? Alles gut. Ich will dir noch was zeigen. Ich hab Angst. Bist du? Bist du? Bist du im Cockpit, oder? Woher weißt du das? Ich hab deinen Schädel da durchgesehen. Was sollst du mir zeigen? Ich hab mit. Ach so, Jordan, was ich vorhin aus der Runde vor sagen kann. Äh, das Ding ist wirklich ein Traitor-Ding. Mit dem Schalter da. Ja, alles. Alter, Leute. Was macht Christ hier ganz Sinn? Ich beobachte. Hier, hinterher. Das sieht aus, als würde man hier reingehen können. Aber leider. Ich hab' auch. Ich hab' auch. Yo. Felix. Oh, da hinten, da hinten ist ein Deine Sack. Als ob ihr alle überlebt habt, Alter. Ich mach dich. Ich hab' auch. Äh, es sind alle der Neun. Der Neun, 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 neun. Neun, 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 neun. Keine Neun. Äääääääääääää. War auch zu gut, Alter. Erstmal alle drei hinterher. Nein. Oh, ja. Nein. Ich wollte ihn im Arsch werfen. Du wolltest ihn im Arsch werfen? Äh. Das sowieso. Arsch, barsch, barsch.